Das ist ein Blockblaker, Blockblaker, Breaker, Blaker, genau, und ein, oh, Kobaltor, und ein Blockblaker sein, ich glaube, die gibt es sogar noch. Leben am Limit, juhu! Kann ja nicht sein, dass hier noch keine Blaze-Festung oder so ist. Warte mal, können wir nicht die Minimap schauen? Ach, wenn ich das Ding mit Mana power, dann geht das noch schneller. Guck mal oben links, ist das eine Festung wohl? Links von dir? Ich flieg da mal hin. Okay, ich glaube, das könnte eine sein. Weil ich jetzt ein Problem habe, jetzt ist Lava bei mir. Binde so, guck mal. Also kein Problem, da hinzukommen, aber... Ah, da, okay. Kannst du das sehen? Ja, ich sehe. Ich bin hier schon weg. Das muss einfach nur in die Nähe von Mana kommen. Fleischblöcke. Soul Sand? Autsch. Lava. Äh, nicht Lava. Den braucht doch Mana. Ja, wo ist... Fuck Spinne, fuck Spinne, fuck Spinne, fuck Spinne, fuck Spinne. Fuck Doppelspin! Da kümme ich aus MD. Meiner Set. Jetzt komm her und scheiß nicht die kleine Spinnen aus, ganz ehrlich, dann töte ich dich lieber. Auch noch so viele kleine. Standhaft bleiben, Flash, standhaft bleiben! Und tot. Ne. Wahrscheinlich geb ich nicht auf. Ja, das ist ne Placefest. Ja, das ist ne Festung. Nice. Oh, doch gut geraten. Sind das Kohle? Sind das Kohlewolken? Das sind Aschewolken? Ne, das sind Ascheblöcke. Okay. Oh, Lava senden. Lava senden, what the fuck. Ah, ne, das sind Ascheblöcke. Na gut, nehm ich noch paar Blöcke davon mit. Äh, sind das so grüne Beeren? Was? Ich probier mal so ne grüne Beere aus. Ist das Stärke, ne? Oh, no Blases. Ja. Äh, ja. Neun Stärke. Hast du, hast du Blase? Ich will erstmal hol sein Effekt. Äh. Hoffentlich haben wir Ender Tanks, Ender. Bitte Ender Tanks. Sonst haben wir ne kleine. Nein, ich verricke, ich verricke, ich verricke. Stepp nicht. Ey, wir haben keine Ender Tanks, ne? Ne. Doch, doch. Ich dachte gerade. Die sind ganz unten versteckt, ey. Wir brauchen vier. Nein, das hatte ich dir nämlich gesehen gehabt letztes Mal. Wir brauchen vier pro Tank. Vier Powder oder vier Rotz? Rotz. Äh, ist da ein Spawner? Vielleicht. Weil die könnte ich doch eigentlich mitnehmen oder nicht? Könnte sein, ja. Müssten wir nicht. Ne, die kriegen wir glaube ich nicht raus. Äh, Single Use. Habe ich doch gefunden. So ein Single Use Ding. Oh. Oh, ich muss gerade eh zurück, weil ich keine Spitzhacke mehr habe. Weil ich mich gerade diesen Turm hochgrabe. Oh, wie geht das denn noch hoch hier? Oh, da ist noch so ins Gehirn. Okay, ich bin oben. Okay, ich habe fast zwei Stacks Clay. Okay, ich habe fast zwei Stacks Clay. Ist natürlich nett. Hallo, Lisa. Okay, tot. Da hinten scheint ein Spawner zu sein. Ja, ich sehe. Ich habe welche. Spawner, oder? Soll ich zu dir kommen, oder? Ja, dann mache ich gleich ein... Äh, Ding nach hinten. Oh, hier sind gleich vier gespawnt. Aua, aua, aua. Ich sterbe jetzt. Vielleicht tust du nicht. Verpisst euch. Tschüss. Ich höre dieses... Hinter mir. Oh, wie geht's? Wo bist du denn? Von zwei Dias. Äh, wer, wo bist du denn? In der Festung. Okay, ich sehe dich nicht auf der Karte. Ich sehe dich auch nicht, weil wir zu weit auseinander sind. Gut. Wo bist du denn? Oh, da sind Wizzerskelette. Äh, ich bin bei minus 629 minus 50. Da bin ich gerade hingegangen. Da bin ich gerade hingegangen. Da ist auch mein Portal jetzt. Weil ich hole mal eben so ein Single-use Ding. Muss ich den Blaze anfangen oder den Spawner? Ein Blaze, ne? Ja. Ja. Oh nein, wir buggen hier rum. Nein, ich bugge hier rum. Ich bugge hier rum. Oh, ne, 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 ne. Einfach den Block unter dir abbauen. Gar nicht schlecht. Aber das Ding habe ich da schon einen höher gebaut. Komisch. Mhm. Mhm. Wie viele Rods hast du? Keine. Nur drei. Achja, das Portal geht ja auch nach oben. Na, wir haben da eine Verbindung nach oben. Wo ist denn jetzt das Single-use Ding? Ach, da oben drin, glaube ich. Oh mein Gott. Die Luft brennt. Denk ich mir halt auch so. So. Äh. Single-use, Single-use. Wo ist das? Da ist das. Single-use. Ach cool, Minecraft hat sie wieder gestoßen. Mag dich da in Minecraft halt nicht. Ja. Okay. Botania-Pflanzen sind auch noch hier drinnen. Ja, mach du. Mach du Pause, wir machen das jetzt hier noch mit der... Was wir noch ein bisschen Blaze-Wort kriegen. Das ist auch schon jöt. Ja. Bäh. Mimimimi. Saumpa-Wort. Mimimimi. 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 So Blaze, ich fang ich da hinten direkt ein. Hab dich Na gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn ich lau Aber uns bist du nicht vorbei Lass mich kloppen, Koyak, sind Next Generation Ciao, ciao Ciao, Centros Ciao, ciao So, den nehm ich jetzt mit Soll ich die Koordinaten geben von dem Portal? Ende Bin ich jetzt nicht Stereo? Ja Minus 627 Und Und minus 35 So, jetzt Minus 627 Minus 35 Und die Höhe ist 627, 35 Ja, minus beide Okay Kann ich den jetzt mitnehmen oder nicht? Ein Spawner Äh, Welt Ich werde aus der Welt Ich fall aus der Welt Ja Vielleicht, aber ne Nein Oh, ich sterbe unter Ich bin unter dem Lava-Ding Ich bin unter dem Portal gewesen Wirklich? Oh, nö, wie kommen wir da jetzt hin? Oh, nö, ernsthaft? Wie können wir das denn jetzt abbauen? weißt du wenn ich jetzt so einfach nur so gestorben wäre okay will ich verstehen jetzt hängt der spawner darum nein bitte nicht dass die dinger nicht spawnen weil dann ist das portal eigentlich total im arsch du kommst nicht raus und wir sterben und ich komme nicht runter und ich werde sterben also 627 und was 35 bei dem minusbereich ja ist genau unter dem portal du kommst nicht mehr raus das ding ist zu also ich habe play spots aber ich komme an mein ding nicht ran also warum mache ich mich schnell fackeln oder so spring durchs portal ja ich wurde durchgekickt ich brauche ein eimer wasser sonst geht das nicht die dinger nerven dann brauchst du keine fackeln ich mache das mit dem eimer wasser so gucken dass ich irgendwie in ruhe bauen kann genau da drunter ganzhaft ja vier meter von mir entfernt so 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 Untertitelung des ZDF, 2020